Heute werde ich dir zeigen, wie du Forge installieren kannst. Such dazu einfach im Internet nach Minecraft Forge und klicke hier auf die Webseite files.minecraftforge.net. Den Link packe ich auch nochmal in die Videobeschreibung. Wenn du auf der Seite bist, gibt es auf der linken Seite die Auswahl von den Versionen. Wenn hier so eine Cookie-Meldung erscheint, klicke einfach auf Accept. Klicke dann hier einfach auf die Version, für die du Forge herunterladen möchtest. In meinem Fall ist das jetzt die neueste. Und dann kannst du hier auf Installer klicken. Du kommst dann zu einer Seite mit Werbung. Nach ein paar Sekunden erscheint oben rechts so ein Überspringen-Button und danach startet der Download. Klick da einfach drauf nach ein paar Sekunden und dann wird Forge heruntergeladen. Es kommt dann so eine Meldung vielleicht, dass das Ganze dein Gerät beschädigen könnte und es wird gefragt, ob du es behalten möchtest oder löschen. Klicke dann einfach auf Behalten. Diese Meldung wird ausgelöst, weil Forge so eine Java-Datei ist. Und um eine Mod zu installieren, suche einfach nach Minecraft Modrent. Gehe auf die Minecraft Modrent-Webseite. Klick dann hier oben auf Mods. Und hier auf der linken Seite kannst du nach Kategorien sortieren und auch nach Loadern. Und hier siehst du Forge. Klick da einfach drauf und dann wird das Ganze nach Forge Mods gefiltert. Wenn du noch etwas weiter runter scrollst, siehst du hier Minecraft-Versionen. Und filtere hier nach der Version, für die du Forge installiert hast. In meinem Fall ist das jetzt hier die neueste. Manchmal aktualisiert Modrents nicht automatisch. Dann kannst du das Ganze einfach neu laden und dann wird es aktualisiert. Ich würde jetzt hier nach der Just Enough Items Mod suchen. Und dann klicke ich hier einfach auf diese Mod drauf. Und mach das einfach so mit deiner Mod auch. Einfach auf die Mod klicken. Dann bist du auf der Mods-Webseite. Und klick dann hier auf Version. Und dann siehst du, für zum Beispiel Forge gibt es das. Und für Fabric und so weiter. Wähle eben für Forge die Mod aus. Und eben auch für deine Version. Und klick dann hier auf Download. Und dann wird das Ganze heruntergeladen. Es kommt vielleicht zu einer Meldung. Und die fragt dich, ob du das behalten möchtest. Klick einfach wieder auf Behalten. Das ist auch aus dem Grund, dass das eben eine Java-Datei ist. Klicke ansonsten einfach hier drauf, um das Ganze zu installieren. Dann kommst du nämlich in den Downloads-Ordner. Und falls das schon verschwunden ist, kannst du hier auf die drei Punkte klicken. Dann auf Downloads. Und dann komm einfach hier hin. Dann bist du wieder im Downloads-Ordner. Und hier kannst du einfach ein Doppelblick auf die Forge-Datei klicken. Und falls dieser Installer nicht erscheint, dann schau dir einfach mein Forge-Lösen-Tutorial an. Da habe ich dir gezeigt, was du machen kannst, wenn dieser Installer nicht erscheint. Ansonsten klick einfach auf OK. Und dann wird das Ganze installiert werden. Es kommt dann hier die Meldung, dass das Ganze erfolgreich installiert wurde. Und die Meldung ist super wichtig. Die sagt dir nämlich, dass es auf jeden Fall funktioniert hat. Da kannst du auf OK klicken. Und um die Mod zu installieren, kannst du einfach deinen Minecraft-Launcher starten. Und dann siehst du hier direkt Minecraft Forge hier unten. Das Ganze funktioniert natürlich nur mit der Minecraft-Java-Edition. Mit der Windows-Edition funktioniert das nicht. Die Java-Edition war mal ganz lange kostenlos, solange man die Windows-Edition hatte. Also schau mal hier, was da steht, ob da einfach installieren steht. Ansonsten kannst du einfach hier bei Installationen draufklicken und dann auf dieses Ordner-Symbol hier klicken. Und dann kommst du in den Minecraft-Ordner. Und in diesem Ordner gibt es den Mods-Ordner vielleicht. Falls es den gibt, einfach einen Rechtsklick drauf und auf Löschen. Und falls es den nicht gibt, kannst du entweder Forge einmal starten, dann wird der installiert. Oder machst einfach einen Rechtsklick drauf, klickst auf Neue, Ordner und nennst diesen Ordner eben Mods. Alles muss klein geschrieben sein, sonst wird der nicht erkannt. Und dann kannst du einfach in diesen Mods-Ordner die Mods sehen. In meinem Fall werde ich einfach aus dem Downloads-Ordner die Mods rüber kopieren. So. Und dann ist das in dem Mods-Ordner drin. Hier kann man das Ganze schließen. Dann einfach auf Starten klicken bei Forge. Und dann wird eben Minecraft mit Forge gestartet. Und dann ist Minecraft gestartet. Und du siehst hier unten rechts Forge und drei Mods loaded. Du kannst dann hier in dem Mods-Menü sehen, dass die Just Enough Items Mod installiert ist. Und wenn du dann in das Kreativ-Inventar zum Beispiel gehst, kannst du hier Just Enough Items sehen. Und so kannst du eben eine Mod installieren. Wenn du eine Frage hast, dann schreib einen Kommentar. Bis dahin. Ciao.